Das ist schon wieder so kalt geworden zu dieser Jahreszeit. Siehst du die strahlenden kleinen Kinderaugen, wie sie sich freuen, Geschenke zu bekommen. Yeah, 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 die Kinder sind klein und lieb, sie spielen einfach unbeschwerd, weil sie froh sind, dass es dich gibt. Und jetzt siehst du die kleinen Kinder mit ihren strahlenden Augen, wie sie sich freuen, wenn sie ein Geschenk bekommen. Tausend ist kalt geworden, es fängt wieder an zu schneien, nein, das gibt's doch nicht. Es ist schon wieder Winter, 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 Winterzeit. Winter, 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 Winter Untertitelung des ZDF, 2020